Jedes Objekt durchläuft während seiner Lebensdauer verschiedene Zustände. Das heißt, es wechselt öfters von einem Zustand in einen anderen. Wir wollen uns nun genau diese Zustandsübergänge oder auch Transitionen genannt ansehen. Transitionen werden immer nur durch Ereignisse ausgelöst. Es ist aber auch möglich, Bedingungen anzugeben, die erfüllt sein müssen, damit überhaupt ein Zustandswechsel erfolgen kann. Weiters ist es möglich zu spezifizieren, dass bei einem Zustandsübergang eine Aktivität ausgelöst wird, selbst wenn der Zustandsübergang niemals eine Zeit verbraucht. Ein Zustandsübergang oder auch Transition genannt wird durch einen Pfeil modelliert. Wir gelangen durch einen Zustandsübergang von einem Quellzustand in einen Zielzustand. Das Ereignis, das diesen Zustandsübergang auslöst, wird über dem Pfeil angegeben. Wir haben bereits kennengelernt, dass wir nach einem Schrägstrich auch noch Aktivitäten angeben können, die bei der Durchführung des Zustandsübergangs ausgeführt werden. Neu ist für uns vielleicht jetzt, dass wir auch noch eine Bedingung angeben können, unter derer der Zustandsübergang erfolgt. Das heißt, nur wenn die Bedingung erfüllt ist bei Auftreten des Ereignisses, wird auch der Zustandsübergang erfolgen. Einfaches Beispiel, wir haben einen Bankomat. Der Quellzustand ist den Betrag eingeben. Nachdem dieser eingegeben ist, soll der Betrag ausbezahlt werden. Das Ganze soll natürlich nur dann erfolgen, wenn auch genügend Geld am Konto ist. Das kann ich als Bedingung angeben. Wichtig in diesem Beispiel ist auch, dass wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist, das Ereignis sozusagen verloren geht. Es ist nicht so, dass wenn später mal die Bedingung erfüllt wäre, der Zustandsübergang erfolgt. Wäre auch blöd, Sie sind gar nicht mehr beim Bankomaten. Plötzlich haben Sie genügend Geld am Konto und das Geld wird beim Bankomaten ausgegeben. Nein, es ist notwendig, dass wieder das Ereignis erfolgt. Das heißt, der gewünschte Betrag ist am Bankomaten eingegeben. Jetzt ist genügend Geld am Konto und dann erfolgt der Übergang in den Zielzustand. Mit Hilfe von Bedingungen gelingt es mir auch, für einen bestimmten Quellzustand mehrere Transitionen für ein und dasselbe Ereignis festzulegen. Eine Bedingung in diesem Fall wäre es aber, dass die Bedingungen selbst wechselseitig ausschließend sind, so dass ich eindeutig festlegen kann, dieses Ereignis tritt auf und welche dieser Bedingungen ist erfüllt, dann weiß ich auch, welcher Folgezustand erreicht wird. Auf dieser Folie haben wir noch einmal festgelegt, was alles bei Zustandsübergängen über dem Pfeil angegeben wird. Als erstes das Ereignis oder auch Event bzw. Trigger genannt. Das Ereignis ist ein externer Stimulus, der einen Zustandsübergang auslösen kann. Als zweites geben wir in eckigen Klammern eine Bedingung an. Die Bedingung ist letztendlich ein Bullscher Ausdruck und der wird dazu genutzt, um zu überprüfen, ob nach Eintreten des Ereignisses auch der Übergang erfolgen soll. Wenn die Bedingung wahr ist, werden alle derzeitigen Aktivitäten im Quellzustand unterbrochen. Beispielsweise war es bei der Lampe dunkel, wurde gepfiffen und durch den Knopfdruck wurde die Aktivität des Pfeifens abgebrochen. Zusätzlich werden auch noch Exit-Aktivitäten im Quellzustand ausgeführt und dann erfolgt der Zustandsübergang. Ist die Bedingung letztendlich falsch, so bleibt das System im aktuellen Zustand, im Quellzustand und alle Ereignisse gehen verloren. Als letztes kann ich nach dem Schrägstrich noch Aktivitäten angeben, das sind sozusagen die Effekte des Zustandsübergangs. Diese werden während der Transition ausgeführt. Eine Aktivität kann natürlich auch mehrere Aktionen beinhalten. Wir kommen zu einem kurzen Beispiel, wo wir demonstrieren, wie Ereignisse, Bedingungen und Aktivitäten angegeben werden. Bei diesem Beispiel handelt es sich um den Anmeldestatus bei einer Prüfung. Da gibt es zwei wesentliche Stati, nämlich nicht registriert zu sein oder registriert zu sein. Während ich in nicht registriert bin, warte ich darauf, dass ein neues Prüfungsdatum angekündigt wird. Wird ein neues Prüfungsdatum angekündigt, so ist das ein interner Event und ich überprüfe einmal, ob dieses Datum für mich passen könnte. Wenn ich mich entscheide dann zu registrieren und die Registrierung in diesem Moment möglich ist, gehe ich von nicht registriert in registriert über. In Registrierung wird etwas durchgeführt beim Eintritt, weil hier Entry angegeben ist, nämlich ich notiere mir das Prüfungsdatum in meinem Kalender. Und danach, während ich im Status registriert bin, lerne ich für diese Prüfung. Sollte der Event eines Problems auftreten, so werde ich das mit meinen Studienkolleginnen diskutieren. Im Normalfall werden sie zur Prüfung antreten, das heißt, ich gehe von dem registriert über irgendeinen Status, wo ich die Prüfung durchführe. Das sehen wir uns aber hier nicht an. Nur für den Fall, dass ich mich ja nicht gut vorbereitet fühle, rufe ich WIFDRAW auf, wenn das in diesem Moment auch noch möglich ist und ich gelange wieder in den Status nicht registriert. Fassen wir anhand dieses Syntaxbaumes noch einmal die Angabe von Zustandsübergängen zusammen. Zu Beginn gebe ich ein Ereignis an, das den Zustandsübergang triggert. Ein Ereignis selbst kann Parameter haben. Ein Parameter wird innerhalb von geschwungenen Klammern angeben. Sind es mehrere Parameter, so trenne ich diese voneinander durch einen Beistrich. Es könnte auch notwendig sein, dass mehrere Events notwendig sind. Dann werden die einzelnen Events ebenfalls durch einen Beistrich voneinander getrennt. Habe ich die Events vollständig spezifiziert, so ist es optional möglich, eine Bedingung anzugeben. Eine Bedingung wird innerhalb von eckigen Klammern angegeben. Nach der Angabe der Events und der Bedingungen kann man noch nach einem Schrägstrich eine Aktivität angeben, die beim Zustandsübergang ausgeführt werden soll. Dabei gilt, dass eine Aktivität auch aus mehreren Aktionen bestehen kann. Sehen wir uns das Ganze an einem Beispiel hier an. Wir haben ein Ereignis, nämlich dass die rechte Maustaste gedrückt ist und dieses Ereignis hat einen Parameter, nämlich die Location, wo gedrückt wurde. Wir haben die Bedingung, dass diese Location sich im aktiven Fenster befindet und nur wenn das der Fall ist, dann werden auch diese beiden Aktionen ausgeführt. Wir haben hier den Fall, dass es eine Aktivität ist, was nach dem Schrägstrich steht, aber diese Aktivität splittet sich in zwei Aktionen. Wir kommen zu einer Sonderform der Angabe einer Transition. Es handelt sich um die Transition mit einem Entscheidungsknoten. Ein Entscheidungsknoten macht prinzipiell ja nur dann Sinn, wenn ein und dasselbe Ereignis zu verschiedenen Zustandsübergängen führen kann. Hier haben wir das Ereignis E1, das letztendlich zum Zustand S2 oder zum Zustand S3 führt. Das gleiche gilt hier auf der rechten Seite. Bislang erfolgte die Angabe immer so wie auf der rechten Seite. Wir haben das Ereignis angegeben und danach in den eckigen Klammern gleich die Bedingung. Das heißt, tritt E1 ein und B ist kleiner gleich 0, gelangen wir in S2. Ist B jedoch größer als 0, gelangen wir in S3. Auf der linken Seite haben wir die Notation mit einem Entscheidungsknoten. Dann gebe ich das Ereignis, das den Zustandsübergang auslöst, zuerst auf der Transition an, die zum Entscheidungsknoten führt und nach dem Entscheidungsknoten gebe ich die wechselseitig ausschließenden Bedingungen an, nämlich dass B kleiner gleich 0 ist und ich komme in S2 oder B größer als 0 ist, wo ich nach S3 komme. Genauso wie ich das Ganze jetzt erklärt habe, kann ich festhalten, dass diese beiden Lösungen zueinander Equivalent sind. Jedoch ist ein kleiner, feiner Unterschied trotzdem festzuhalten bei der Modellierung mit dem Entscheidungsknoten. Und das tritt dann auf, wenn ich auch Aktivitäten modelliere. Sehen wir uns wieder die rechte bekannte Lösung an. Wir haben mehr oder weniger das gleiche Beispiel, doch sagen wir, dass bei der Transition auch die Aktivität ausgeführt wird, wo B um 1 erhöht wird. Hier gilt für den Fall, dass beispielsweise B gleich 0 ist im Zustand S1. Und jetzt tritt E1 auf und nun wird die Bedingung überprüft. Wir haben gesagt, B ist 0, das heißt, es zieht hier die obere Bedingung. Ich setze B um 1 höher, das heißt B ist 1. Ich befinde mich danach im Zustand S2 und B ist 1. Auf der linken Seite, wir sagen wieder B ist gleich 0, es tritt E1 auf und jetzt erhöhe ich B um 1. Damit wird B auf 1 gesetzt. Ich komme zum Entscheidungsknoten und erst jetzt wird B überprüft und B ist nun größer als 0, nämlich 1 und ich gelange in den Zustand S3. Das heißt, ich bin nun in einem anderen Zustand, auch wenn B immer noch gleich 1 ist. Daher sind die beiden Lösungen zueinander nicht äquivalent. Der wesentliche Unterschied ist, im rechten Falle wird die Überprüfung der Bedingung direkt nach dem Ereignis ausgeführt, bevor noch die Aktivität ausgeführt wird. Und im linken Falle wird die Aktivität ausgeführt, bevor ich die Bedingung überprüfe. Bei der Modellierung einer Transition mit einem Entscheidungsknoten sollten die Bedingungen nicht nur wechselseitig ausschließend sein, sondern alle Bedingungen zusammen sollten auch den gesamten Wertebereich abdecken. Hier im rechten Fall gilt, dass x kleiner als 3 und x größer als 7 wechselseitig ausschließend sind. Sie decken jedoch nicht den gesamten Wertebereich ab, denn für den Bereich zwischen 3 und 7 gilt, dass kein Zustandsübergang erfolgt, sondern man im Quellzustand verharben bleibt. Modelliere ich das Ganze mit einem Entscheidungsknoten, so würde das Ereignis E bereits die Transition in den Entscheidungsknoten auslösen und dann würde keine der beiden Bedingungen gelten. Und so stehe ich im Nirwana. Das heißt, nicht nur wechselseitig ausschließend, sondern auch den gesamten Wertebereich abdeckend. Wir haben ja bereits festgehalten, dass ein Zustandsübergang immer nur aufgrund eines Ereignisses erfolgen kann. Wenn wir uns jetzt dieses Beispiel hier ansehen, sehen wir einen Zustandsübergang und es ist gar kein Ereignis angegeben. Jetzt müsste man ja vermuten, das ist nicht möglich. Ist es doch. Denn wenn kein Ereignis angegeben wird, so entspricht das Ganze einem Completion Event. Das heißt, alle Ausführungen, die im Vorzustand notwendig waren, sind abgeschlossen. Und in dem Fall haben wir im Bankomaten den Zustand Busy. Und hier erfolgt Do Cashout Amount. Das heißt, der Betrag wird ausgegeben und sobald das abgeschlossen ist, sobald diese Aktivität completed ist, haben wir einen Completion Event, der den Zustandsübergang auslöst und der Bankomat geht in den Ruhezustand. Auch für die Bedingung gibt es einen Default Wert. Wenn ich nämlich keine Bedingung angebe, so lautet die Bedingung True. Das ist immer erfüllt und so kann ich auch auf die Angabe von Bedingungen verzichten. Vergleichen wir jetzt noch kurz verschiedene Arten von Transitionen mit explizit angegebenen Events und Completion Events. Hier haben wir den ersten Fall. Beim Eintreten des Ereignisses E1 wird von S1 aus zu S2 gegangen und die Aktivität A1 wird abgebrochen. Im zweiten Falle, sehr ähnlich das Ganze, nur erfolgt der Zustandsübergang im Falle des Ereignisses E1 nur dann, wenn die Bedingung G1 auch erfüllt ist. Nur dann wird den S2 übergegangen und A1 abgebrochen. Habe ich am Pfeil der Transition keine Angabe, so bedeutet dies Completion Event. Das heißt, wenn die Ausführung von A1 innerhalb von S1 abgeschlossen ist, ist dieser Completion Event erreicht und wir gehen in S2 über. Danach gibt es denselben Fall. Keine Angabe von Ereignissen, das heißt, wir haben einen Completion Event und das bedeutet, wenn A1 abgeschlossen ist und dann auch noch zu diesem Zeitpunkt G1 gilt, dann wird in S2 übergegangen. Das ist jedoch eine Notation, die ich nicht unbedingt verwenden würde. Das modelliert meistens den falschen Sachverhalt. Meistens sehe ich solche Lösungen, wo keine Ereignisse angegeben ist, aber eine Condition, dass die Leute in Wirklichkeit einen sogenannten Change Event angeben wollen. Und den Change Event werden wir später auch noch im Detail kennenlernen. Wir haben uns auf detaillierte Art und Weise nun angesehen, wie ich von einem Zustand in einen anderen wechsle. Und die Notation dieser Zustandsübergänge ist uns bekannt. Doch ich muss nicht notwendigerweise in einen anderen Zustand wechseln. Ich kann auch auf den selben Zustand wiederkommen. Dabei kann ich den Zustand zwischenzeitlich verlassen oder auch nicht. Das ist Gegenstand des nächsten Abschnitts.